Die Söhne von Didi und das ist die Mutter und von Tito, Tito Jackson. Tito hat einen berühmten Bruder, das ist ihr Onkel und das ist Michael Jackson. Sie haben ein großes Vorbild, das ist Tante Janet. Ihr großer Erfolg begann mit dem Soundtrack zu Free Willy. Und ja, sie haben gesagt, wir machen das alles so, wie sie es uns gesagt haben in der Familie. Hier sind sie mit ihrem Chartbreaker, 3G Anything. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020